Die Chinesen kommen nicht nur irgendwie in touristischer Form zu uns nach Deutschland wieder, sondern anscheinend auch, um diverse Dinge aufzukaufen oder zu übernehmen oder was auch immer zu machen. Ich sehe dabei ein großes Risiko für die deutsche Automobilindustrie. Die Chinesen sind uns teilweise überlegen, wieso, weshalb, warum. Bleib bitte dran, das werde ich dir gleich sagen. Und wir schauen einfach mal direkt rein. Ich interessiere mich bereits seit 2013 dafür, deswegen wird es definitiv ein Mehrwert wahrscheinlich für dich werden. Gucken wir mal rein. Das ist jetzt auf NTV-Quellen, das sind immer wie unten verlinkt. Und zwar, ich hatte vor kurzem über das Ford-Werk in Saarlouis berichtet, dass da sehr viele Mitarbeiter die Jobs verlieren werden. Und jetzt gibt es einen Interessenten, und zwar einen Interessenten aus China. Wer es genau ist, werde ich dir noch erklären und warum wir in Deutschland sehr große Probleme haben mit der Automobilindustrie. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind jetzt hinten dran. Wir waren auf Verbrenner spezialisiert und es gibt andere, die sind einfach jetzt bei der Elektromobilität uns um Jahrzehnte teilweise voraus oder mehr als ein Jahrzehnt auf jeden Fall. Unter den Interessenten soll auch der chinesische Autobauer BYD sein. Also es geht hier um dieses Werk sozusagen. Der Autokonzern Ford verhandelte mit dem chinesischen Elektroautohersteller BYD über den Verkauf eines Autowerks in Deutschland. Nach Angaben des Betriebsrates sollen derzeit 4.500 Arbeitsplätze wegfallen. Es bleiben ca. 500 bis 700 vorhanden. Und da habe ich meine Theorie dazu, das sollen wahrscheinlich Mitarbeiter einfach nur sein, die für die Ersatzteilversorgung noch zuständig sind. Weil wenn jetzt Autos zum Beispiel dieses Jahr, nächstes, übernächstes Jahr dann hier noch verkauft werden, muss der Hersteller eine gewisse Mobilitätsgarantie geben oder sprich eine gewisse Garantiegewährleistung auf die Produkte, wie auch immer. Und das kann nur eingehalten werden, wenn sozusagen dann noch diverse Mitarbeiter hier sind. Und das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein. Die Produktentwickler, also sprich der Kopf von diesen Werken, der wird wahrscheinlich verschwinden. Das sind jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, man macht jetzt rein präventiv irgendwie wegen Rezessionsgefahr, dass man die Leute entlässt. Das sind Produktionsmitarbeiter, die holen wir dann nach der Rezession wieder rein. Nein, das sind wirklich essentielle Arbeitsplätze weggefallen, was einfach nachhaltig nicht mehr zu retten ist. Entweder sind die Leute dann woanders oder vielleicht sogar abgewandert aus diesem Land. Dann wollte ich dir noch das ganz kurz hiermit zeigen. Der Konzern aus Detroit arbeitet mit dem Konzern Volkswagen zusammen. Also das heißt, die haben wie so eine Allianz gebildet. Und vielleicht sagt dir der Begriff, was MQB, das war bei den Verbrennermodellen von VW, Audi etc. Dieser Modular-Querbaukasten vom Chassis her, so wie ich das verstehe. Das heißt, das ist alles ein bisschen modular aufgebaut. Da kannst du hier was reinschieben, da nimmst du was weg, da machst du ein bisschen die Spur breiter, da wird es ein bisschen länger oder ein bisschen höher, was auch immer. Kannst du eben dann mit diesem Querbaukasten, also Modular-Querbaukasten, sehr viele verschiedene Modelle damit realisieren, was die Produktionskosten senkt. Jetzt hat VW sozusagen diesen MEB entwickelt, damit will VW mit Ford kooperieren, ist wahrscheinlich das einzig sinnvolle, was überhaupt noch irgendwie machbar ist. Weil wenn sich die westlichen Autohersteller nicht jetzt verbünden zu Kooperationen, wird es ein nach den anderen treffen und es ist wirklich überlebensnotwendig. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, was ist denn BYD und wie sieht es denn damit aus? Da schauen wir ganz kurz einen anderen Artikel nochmal flüchtig an, dann werde ich dir direkt vorstellen, um was es da genau geht. Wir sind jetzt hier bei Heise, chinesischer Autohersteller BYD auf der Überholspur. Und da steht dann auch drinnen, dass die Marke BYD Tesla sogar teilweise hinter sich gelassen hat. Und die Autos sind wirklich technisch richtig, richtig gut gemacht. Das musst du dir vorstellen, dass das wie so ein fahrendes Smartphone ist. Wirklich, das ist richtig krass, wenn du irgendwie in so einen VW einsteigst oder was auch immer. Du hast ja nur dieses Mini-Display dann. Da hast du dann dein Infotainment-System etc. Wenn du in den BYD reingehst, im Endeffekt das komplette Armaturenbrett, alles mit technischen Gimmicks, richtig gute Ausstattung, Sitze elektrisch verstellbar, mit Memory, so wie sie es eben gehört. Die haben es kapiert. Viele, viele VW-Modelle, die werden jetzt sozusagen aus China wieder rückimportiert, illegalerweise. Die haben ja normal keine Zulassung, musst du also aufpassen, wenn du sowas kaufst. Das hat wahrscheinlich folgenden Grund, dass diese VW-Modelle in China mitunter als Altbacken angesehen werden, als Alt-Irgendwas-Fahrzeuge. Da fehlt einfach der technische Fortschritt. Und ich vermute, dass die aktuell vielleicht ein Überangebot dort haben und dass sich sogar in China mittlerweile die chinesischen Modelle von Chinesen für Chinesen in China produziert und entwickelt, dort besser verkaufen, weil die Technik einfach cooler ist. Das ist jetzt nicht alles. BYD ist auch ein Batteriehersteller. Da wurde sozusagen vom Batteriehersteller zum E-Auto-Konzern. Es ist wirklich unfassbar und es ist die neue Macht, denke ich. Also BYD wird wahrscheinlich mittel- und langfristig Tesla eventuell überholen können und sehr, sehr gefährlich werden. Das auf jeden Fall, auch wenn BYD sagt, dass Tesla keine Konkurrenz ist, weil der Verbrenner die eigentliche Konkurrenz ist. Wir werden doch aber gezwungen, sozusagen komplett darauf umzusteigen. Egal, ob das jetzt im Bereich des Realistischen ist oder auch nicht. Und jetzt wollte ich dir direkt noch zeigen, was ist denn überhaupt dieses BYD? Wie sieht denn das aus? Wie sehen die Autos aus? Was haben wir da zu erwarten? Und ich vermute wirklich, dass sie bald nach Deutschland kommen. Es wundert mich, dass die einfach noch nicht da sind. Ich vermute einfach mal wegen der C-Krise. So, das ist jetzt die Website von BYD. Also die haben direkt drei Modelle hier sozusagen. Und mit dabei, es gibt auch die Website überwiegend in deutschsprachig mitunter. Also es ist größtenteils eingedeutscht. Konnte es grobe Fehler auf den ersten Blick mal nicht wirklich erkennen. Und da gibt es wirklich mittlerweile Autos, wo ich mir denke, so, hm. Die sind gar nicht mal so schlecht. Zum Beispiel dieser BYD Tang. Der müsste mittlerweile in der dritten Generation sein, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist wirklich ein solides Auto. Macht den Browser hier nochmal ein bisschen kleiner. Jetzt kannst du das da besser sehen. Es ist wirklich nichts Schlechtes. Über Design lässt sich streiten. Aber was die jetzt dann da auf die Beine gestellt haben in so kurzer Zeit, ist einfach der Wahnsinn. Wir schauen uns mal diesen BYD Tang jetzt genauer an. Jetzt sind wir direkt in dieser Produktseite sozusagen drinnen. Jetzt von der Seitenansicht hier. Also ich denke jetzt, völlig, völlig neutral betrachtet. So schlecht sieht es doch gar nicht aus. So schlecht sieht es doch gar nicht aus. Ich weiß, über Design lässt sich streiten. Aber hey, wir haben bald sehr, sehr große Probleme. Wir haben richtig große Probleme demnächst. Wir sind gerade am Anfang von den Problemen. Wir sollten jetzt da nicht irgendwie schauen, dass wir uns wegen hohen Energiekosten und so weiter noch weiter ins eigene Fleisch schneiden. Weißt du, das kommt mir mittlerweile so vor, als wäre Deutschland, wenn man jetzt alle Länder irgendwie zusammennimmt, man würde irgendwie jedem Land eine Handelssparte zuweisen, als wäre Deutschland der Einzelhandel. Der Einzelhandel stirbt bekanntermaßen aus. So kommt mir das so vor. Und China ist irgendwie der Onlinehandel, der floriert. Jetzt auch von der Durchladefunktion her, dieser B-YD-Tang, ist doch wirklich nicht schlecht. Schau dir das mal an, sogar mit Nappa-Leder hier drin. Das ist doch richtig cool. Und man bekommt wirklich bei B-YD richtig krasse Ausstattung ab Serie. Du musst da teilweise nicht mal auf Preis zahlen, weil die Chinesen die lieben Ausstattung. Da heißt es Ausstattung, 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 Ausstattung. Das leben die einfach. Während wir bei uns, wir können froh sein, wenn wir irgendwie elektrisch verstellbare Sitze haben. Und dann heißt es noch nicht mal, dass die Memory haben. Das ist total verrückt. Und das im Jahr 2023. Und jetzt kommt es eben, was ich gesagt hatte, mit dem Armaturenbrett. Schau dir mal dieses geile Armaturenbrett an. Das ist doch richtig cool. Alles schön, dementsprechend beleuchtet, grafisch gemacht. Das hier ist, glaube ich, auch noch dient mit als Display mit runter, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das sieht doch richtig gut aus. Und ich weiß doch, vor einigen Jahren haben doch ganz viele die chinesischen Autohersteller belächelt. Ganz, ganz viele. Da hatte ich mir damals auch schon gedacht, naja, wartet mal, wenn die sich weiterhin so viel Mühe geben, so gut dranbleiben. Ich glaube, wir haben es mal richtig schwer. Und jetzt sind wir daran eben angelangt. Und dann will ich dir noch diesen BWD-Hahn zeigen. Ich finde, das sieht auch irgendwie ganz cool aus. Das ist jetzt auch schon nicht mehr die erste Generation, sondern noch mal viel weiter fortgeschritten. Das Design ist doch jetzt okay. Ich finde, wenn man jetzt einen VW daneben stellt oder Ford oder was auch immer, das muss ich doch nicht mal irgendwie so wirklich verstecken. Vor allem, das Heck ist ja auch ganz cool. Erinnert ein bisschen an diesen VW-Atheon, glaube ich, heißt der. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kannst du mal unten reinschreiben. Vielleicht weißt du das. Das ist doch okay. Das sieht doch aus wie ein solides Auto. Und wenn jetzt einige noch sagen, ja, Crash-Test, Crash-Test, Crash-Test und so weiter. Die haben sich so enorm weiterentwickelt. Das ist nicht mehr so, dass dir die Lenksäule dann ins Gesicht fliegt bei einem Unfall. Quatsch, vergiss das. Die Dinger sind gut. Die sind wirklich gut. Und schau mal an, wie edel das aussieht. Das ist jetzt ein chinesisches Mittelklasse-Fahrzeug sozusagen. Und hat irgendwo die Anmutung, finde ich, einer deutschen S-Klasse. Das ist doch richtig cool. Das ist doch richtig cool. Auch, schau mal an, dieses große Infotainment-System direkt in der Mitte. Also das, wie groß das ist. Wenn ich das vergleiche mit VW, was die da für ein Mini-Ding haben, da glaube ich teilweise, mein Smartphone-Display ist größer. Und dann auch, wie cool der Tacho aussieht. Dann auch wieder entweder Leder oder Leder-Imitat. Schau dir dann diese Vertäfelungen an den Türen an. Das ist doch richtig genial. Das ist doch richtig genial. Oder auch hinten. Guck dir das mal an. Schau dir das mal an. Würdest du das erwarten bei einem Mittelklasse-VW? Für einen vernünftigen Preis? Würdest du das dafür erwarten? Nein. Das ist ein ganz anderes Niveau, was da jetzt auf uns zukommt. Und die können das gut, günstig und schnell noch produzieren. Wir haben richtig, richtig zu kämpfen hier demnächst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das kannst du dir echt gar nicht vorstellen. Schau mal an, wie cool das aussieht. Ich komme da gar nicht drüber hinweg. Ich komme da gar nicht drüber hinweg. Es ist unglaublich, was uns da jetzt dann erwartet. Also das, ja, das ist richtig cool. Aber wir sind halt Deutschland nochmal das Autoland. Wir arbeiten immer noch richtig dagegen. Da habe ich ein weiteres Wundstück für dich, um dir jetzt nochmal zu belegen, dass wir irgendwie immer noch verblendet sind. Wir glauben, wir können uns alles aussuchen. Wir können das irgendwie jedem Recht machen, der irgendwo, irgendwie, irgendwann irgendwo wohnt. Oder wie auch immer du weißt, was ich meine. Also wir probieren es nicht nur irgendwie jedem in der Welt Recht zu machen, sondern auch irgendwie jedem Bürger Recht zu machen. Und da hatte ich jetzt dann gelesen, geplantes BMW Megawerk in Niederbayern, der Widerstand wächst. Also anscheinend, verlinke ich dir auch unten die Quelle, kann es niemandem irgendwie Recht gemacht werden, wo was irgendwie gemacht wird. Also die Leute, die wollen weder eine Arbeitslosigkeit haben, noch wollen die irgendwie wenig Geld haben. Die wollen ein super Sozialsystem haben, die wollen Arbeitsplätze haben. Aber sobald es irgendwie um ein paar Nachteile von irgendwas geht, wird dann alles abgelehnt, kategorisch gefühlt. Das ist sehr, sehr einseitig gedacht, meiner Ansicht nach. Schreib mal deine Meinung drunter, halte dich bitte an die YouTube-Richtlinien. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dir noch einen Daumen nach oben, wenn du auf Abonnieren klickst und gleichzeitig die Glocke aktiv wirst, verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wenn du willst, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du reingeschaut hast. Ciao.